Ist das alles live grad? Nein. Doch. Oh nein. Twitch. Oh, warum sagt mir das denn keiner? Warum, Alter? Ich lebe auf und laufe durch den Raum. Ich dachte, wir schneiden das danach alles noch zusammen. Ich hab Emilio am Start. Ich brauch ne Serviette. Will mal zwei Songs aus, die in unsere It's Out Playlist rein können sollen. Ich jetzt. Kid Travis, Strawberry Skies. Strawberry Skies. Und Justin Bieber, wie heißt der neue? Honest? Honest, ja. Nicht Varum? Varum, warum nicht? Also Varum wirklich nicht. Wir tun so, frag nochmal. Die Leute sind immer noch da so. Ach so, ach ja.